Kurz zum Ablauf. Hockenheimring ist die Nummer 1, die große Photovoltaikanlage. Der zweite Standort, den wir anlaufen, das wird das Aquatrom sein. Schulunterricht zum Anfassen hautnah. Das Thema Energie. Solarenergie auf dem Hockenheimring, Blockheizkraftwerk und Wärmenutzung im Freizeitbad Aquatrom und Vorträge im ehemaligen Wasserturm. Die Theorie hat das im Unterricht auch dieses Jahr gehabt, was Halbleiter angeht, Energieumwandlungssysteme. Und heute konnten sie sehen, wie das dann in der Realität umgesetzt wird. Die Praxis, dabei zu sein, den Krach zu hören, der einen Generator macht oder einen Motor macht, ganz anders als im Unterricht. Im Aquatrom wird die Wärme, die wir benötigen, über ein Blockheizkraftwerk erzeugt. In dem Blockheizkraftwerk sind Gasmotoren, die das Gas verbrennen und im Abgang dann diese Abwärme von dem Motor eben über Wärmetauscher zum Heizen im Aquatrom weitergeben. Und ich habe dann einen Abfall, den ich weiter benutzen kann, sozusagen, und zwar Strom. Ein Viertel in etwa von unserem Strombedarf tun wir damit erzeugen. Nach der Besichtigung des Blockheizkraftwerks durften die Schüler dann wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben in die Katakomben des Aquatroms hinabsteigen. Direkt unter die riesigen Wasserbecken. Im Schwimmbad unten, da geht es hauptsächlich um die Wärmeerzeugung, um die Wärmeabgabe an das Wasser, an die Lüftung von der Heizung. Und das haben wir halt versucht, so den Schülern rüberzubringen, einfach zu erklären. 182 Schüler kamen in den Genuss dieser Erlebnisschule. Eingeladen vom Energieforum Hockenheim, einem Zusammenschluss von den Stadtwerken Hockenheim, der Stadt und der Sparkasse Heidelberg. Ich denke, man kann gar nicht früh genug damit anfangen, das Thema Energie in seiner vielfältigen Form anzusprechen. Sei es die Energieverwendung, sinnvoll mit Energie umzugehen. Wie wird Energie erzeugt? Denn Energie kommt zwar aus der Steckdose, aber so selbstverständlich ist dies nicht. In Hockenheim setzt man schon lange auf Solarenergie. 2009 wurde auf dem Hockenheimring der Carport samt Photovoltaikanlage errichtet. Die Anlage hat eine Gesamtlänge von 405 Meter bei einer Breite von 16,5 Meter. Die installierte Leistung beträgt ca. 850 Kilowatt-Pig, was ungefähr dem Bedarf von 250 Haushalten entspricht. Die Kosten für die Anlage betrugen 3,5 Millionen Euro. Bei der Sonneinstrahlung, die wir im letzten Jahr zu verzeichnen hatten, gehen wir davon aus, dass die Amortisation bereits in weniger als zehn Jahren möglich ist. Eine Investition, die sich lohnt. Für die Umwelt und den Geldbeutel. Das wussten auch schon viele Schüler bei der abschließenden Vortragsrunde im Hockenheimer Wasserturm. Die Schüler lagen teilweise ganz nah dran. In der einen Gruppe habe ich schon gefragt, ob die meinen Vortrag kannten, weil die lagen bis auf 500 Euro schon dran. Da merkt man schon, dass ein gewisses Interesse auch da ist.